Hat doch tatsächlich jemand versucht, euch bzw. uns zu verarschen? Ja, Hudi, hallo! Ja, Hudi, hallo, mein Lieben! Heute mit ein bisschen angekratzter Stimme. Wahrscheinlich, weil ich mich den ganzen Tag schon über dieses... Jetzt hätte ich fast was gesagt. Über dieses Arschloch aufgeregt habe, das ihr wirklich versucht habt, uns zu verarschen, indem es vorgegeben hat, es wäre ich und wir quasi ein Gewinnspiel gemacht haben, das ihr gewonnen habt und ihr uns deswegen per Telegram anschreiben solltet. Witzigerweise haben wir gar kein Telegram, aber diese Person hat sich dann an Ed Lava Records Telegram zugelegt. Gibt es Gott sei Dank mit, Leute, nicht mehr, weil ihr gemerkt habt, dass ihr viel zu schlau für diesen Wichser seid. Ich fand es auch super, dass mir gleich so viele von euch angeschrieben haben, so nach dem Motto so, hey, da versucht uns jemand zu verarschen. Also dank euch in der Community und so, ne? Also schön, dass ihr alle mit dabei seid und die eine Person, die, ja, hätte ich mal gesagt, fast drauf reingefallen ist. Sie hat Gott sei Dank mich angeschrieben anstatt auf Telegram und dann hat man gesagt, ja, ich habe gewonnen, aber wir hatten ja kein Gewinnspiel, aber trotzdem hast du ja dann eine Kleinigkeit bekommen. Da sagt man es mal wieder, da musst du aufpassen und jetzt selbst, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt bei 800 Abonnenten und anscheinend wird man jetzt schon interessant für solche Scammer. Auf jeden Fall für euch nochmal, wenn wir ein Gewinnspiel haben, dann wird das immer über die offiziellen Kanäle angekündigt. Und nicht immer sowas. Geiles Video mal wieder, aber doppelt laut sind 6 dB, nicht 10, weil Rechenformel. Ja, du hast recht und dann wieder unrecht. Also, es gibt quasi drei so Grundsätze mit Dezibel, von der ich gesprochen habe. Das ist die Verdopplung der Lautstärke. Wenn wir 10 dB dazugeben, empfinden wir das doppelt so laut. Die Verdopplung beim Schalldruck hingegen, also die gemessene Pegeländerung, da sind wir bei plus 6 dB bei der Verdopplung. Und bei der Verdopplung der Schallintensität reichen 3 dB. Alle Unklarheiten jetzt beseitigt? Wenn ich den Bass aufnehme und den Clip in die Matrix-View ziehe, dann hört er sich an, als wäre ein Delay oder ein Dremolo eingeschaltet. Pulsiert irgendwie. Ja, lieber Werner, da müssten wir tatsächlich mal gucken. Wir haben uns schon ein bisschen hin und her geschrieben. Schickt mir einfach mal per Handy oder so einfach ein aufgenommenes Video, damit ich mal höre, wie sich das anhört. Weil im Moment wüsste ich nicht, woher dieser Fehler kommt. Hast du eine Empfehlung für ein Audio-Interface? Viele Grüße! Ja, habe ich hier in diesem Video. Könnt ihr dann zum Schluss ausschauen. Dank deiner Tutorials bin ich auf Cakewalk umgestiegen. Erstmal liebe Grüße nach Kärnten zurück aus dem schönen Bayern in schöne Kärnten. Freut mich, vor allem wenn du da vor Studio One dazugekommen bist. Wie gesagt, ich mache die Tutorials selber, weil ich selber von der Software überzeugt bin und ich sie schon seit über 20 Jahren produktiv im Einsatz habe. Deswegen ist es schön, wenn euch die Software auch gefällt. Aber es ist überhaupt kein Beinbruch, wenn ihr sagt, das ist nichts für mich. Also, da bin ich echt auch nicht beleidigt. Also diese Fade-In oder Fade-Out-Sachen funktionieren jetzt aber nur bei Audiospuren. Oder auch bei MIDI. Da hast du recht freier Bewerter. Du kannst, wir reden ja hier von diesen Clip-Fades und die funktionieren nur bei Audio-Clips. Bei MIDI, ja, was ist interessant, wie sollte man das einfaden lassen, die MIDI-Daten. Aber, wenn ich mir das... Hm. Ne, macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe gerade überlegt, ob es Sinn macht, aber ne, es macht keinen Sinn. Super, sieh mir gerade deine Tutorials mit meinem Sohn rein. Zwölf. Geht echt locker von der Hand mit deinen Insights. Bussi aus Berlin. Ich finde es echt super, dass du da mit deinem Sohn zusammen Musik machst. Musik bringt ja die Leute mehr zusammen. Und es war bestimmt auch während der Feiertage. Was ein schönes Erlebnis. Und wenn es dann mit Cakewalk auch noch locker-flockig funktioniert, umso besser. Von dem her schicke ich die Bussis zurück nach Berlin. Ich kann mich bei BandLab nicht registrieren, da meine E-Mail schon mal von mir verwendet wurde. Ich habe das Passwort vergessen. Manuel, mir angeblich einen Link zu schicken. Die Mail kommt aber nicht an. Hat jemand Erfahrungen oder eine Idee, was man machen kann? Als erstes würde ich den Spam-Ordner checken. Das ist mir auch schon so oft passiert. Die zweite Möglichkeit, es dauert manchmal ein bisschen. Und in der heutigen Zeit sind wir schon furchtbar ungeduldig, wenn wir schon mal zwei Minuten warten müssen. Also, wenn so eine E-Mail für ein Passwort-Reset nicht gleich kommt, warte es heute einfach mal eine Viertelstunde. Oder vielleicht einmal eine Stunde. Manchmal kann es noch mehrere Stunden dauern. Oder noch einfach, wenn die Warterei zu blöd ist, dann nehmt es heute einfach eine andere E-Mail-Adresse. Außer es ist natürlich jetzt so, dass ihr schon Projekte da drauf habt. Dann... Blöd. Macht es denn die verschiedenen Effekte, je auf einen Bus zu legen und entsprechend dazu zu mischen? Ja, lieber Hans-Martin, das ist... Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du kannst entweder eben alles zu einem Bus gruppieren und dann im Bus den Effekt anwenden. Quasi als Insert, wo du dann mit dem Dry-Wet-Regler den Effektanteil regelst. Oder du legst einen weiteren Bus an, wo du den Effekt einfügst und dann entweder von den einzelnen Spuren oder von dem Bus dann selber einen Cent auf den jeweiligen Effekt schickst. Oder du könntest auch hier eine Augs-Spur machen. Hält sie nach Augsburg auch? Augsburg. Eine Augs-Spur ist dann quasi wie ein Bus, nur in der Spuransicht. Da gehe ich hier auf den Ausgang und dann sage ich hier neue Augs-Spur. Und dann kann ich das genauso behandeln wie zum Beispiel ein Bus. Wir sind jetzt übrigens bei 800 Abonnenten. Gerade wo ist es draus, sind es bei 798. Aber die zwei werden, wo ich noch hingegangen. Und das heißt, wir sind jetzt 200 vor den 1000. Wir haben schon 4000 Stunden Wiedergabezeit pro Jahr. Also vielen lieben Dank, dass ihr mich da hingegen so toll unterstützt. Und ich mache natürlich weiter. Ich habe jetzt auch hier für 2023 wieder einiges an Tutorials geplant. Wir werden jetzt aber jetzt rein in die Cakewalk-Schiene gehen. Auch wenn es jetzt vielleicht die ein oder andere Person so ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe mich dazu entschieden, dieser Kanal bleibt jetzt ausschließlich für Cakewalk. Und wenn ich mal wieder Distro-Kit-Videos mache, dann kommen die auf einen Extra-Kanal. Weil ich möchte schon, dass die Leute, die hier auf diesen Kanal kommen, genau wissen, was sie erwartet. Und hier erwarten euch ausschließlich Cakewalk-Tutorials und Videos dazu. Das ist wirklich das hilfreichste Tutorial aller Zeiten, was Aufnahmen und Gain-Staging angeht. Und ja, Megan-Senpai, dann sage ich vielen lieben Dank für diesen Kommentar. Und von was Megan-Senpai da spricht? Natürlich von diesem Video hier über ordentliches Gain-Staging. Und ich sage mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen, eure ganzen Kommentare. Und nächste Woche kommt dann endlich ein neues Tutorial. Da geht's dann um AI. AI.